Hi, mein Name ist Marielle und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr alle Videotitel erkennen könnt, habe ich heute einen riesigen Haul-Review-First-Try-Make-Up-Haul für euch. Das war jetzt halt so nett und hat gesagt, dass ich mir sehr, sehr viel Produkte aussuchen darf. Und das habe ich gemacht und ich glaube, ich habe das niemals so groß an die Glocke gehängt. Aber ich bin der Meinung, dass koreanische Kosmetik, also Beauty und Skincare die beste ist, die es gibt. Und wer von euch YesStyle noch nicht kennt, war wahrscheinlich die letzte Zeit nicht auf YouTube, weil YesStyle gerade extrem am Boom ist. Und ich kenne YesStyle auch tatsächlich nur durch YouTube, denn ich habe sie angeschrieben gehabt. YesStyle ist ein riesiger, riesiger Online-Shop, also wirklich riesig. Es gibt alles, alles. Das ist quasi, das ist quasi der Online-Shop für koreanisches Alles. Und ich habe da Klamotten schon bestellt und jetzt Beauty und das sind alles bekannte Marken aus Korea. Und das sind Sachen von 2 Euro bis 200 Euro bis 300 Euro. Das heißt, ihr findet da wirklich alles. Ich schwöre, ich bin nicht sponsert. Sie haben auch überhaupt nicht gesagt, dass ich ein Video machen muss. Aber ich wollte es einfach machen, weil sie so süß sind und weil ich die Produkte so toll finde. Auf jeden Fall habe ich heute diesen Looky für euch kreiert. Und ich habe sehr, sehr, sehr viele Themen angesprochen, die mir sehr wichtig sind. Also holt euch was zu essen, denn das wird ein langes, langes Video. Und es würde mir die Welt bedeuten, wenn ihr euch das Ganze anschauen würdet. Allerdings verstehe ich, dass ich sehr, sehr viel rede. Aber ich hoffe, ihr habt viel Spaß und jetzt viel Spaß mit der ungespeckten Marielle. Dankeschön fürs Erklären, Intro Marielle. Ich habe jetzt gerade noch eine Maske drauf gehabt, eine Sheet Mask. Ich habe das Gefühl, ich reagiere ein kleines bisschen erleidigend drauf. Deswegen habe ich jetzt ein paar Rötungen hier. Aber trotzdem ist meine Haut jetzt schön gemoistriest. Deswegen können wir jetzt direkt weitermachen. Wir fangen aber mit dem Produkt an, was ich schon kenne und was sehr, sehr geliebt von mir ist. Und zwar von Echish House Face Blur. Aber das ist die Cherry Blossom Edition. Deswegen habe ich die nochmal geholt. Aber das ist einfach eine... Es ist eine Art Primer, aber ich benutze es lieber als Sonnencreme. Und... Das ist doch ein neues Produkt. Und zwar ist das hier die etwas liquidere, die etwas flüssigere Form. Das ist exciting. Und die riecht anders. Okay, das Produkt setzt sich ein kleines bisschen komisch gerade an meinen Händen ab. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade noch an mir liegt. Ich wasche mir kurz die Hände und gucke dann, ob ich es anders immer ein bisschen auftragen kann. Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir direkt mit einem sehr aktuellen Thema, beziehungsweise dem aktuellsten Thema derzeit auf meinem Kanal anfangen. Und zwar das englische Video, weil ja sehr viele von euch verwirrt deswegen waren, beziehungsweise es da viel Widerstand gab. Ich würde nicht sagen Widerstand, aber dass einige Leute das nicht ganz verstanden haben, wieso das jetzt so war und da nicht so überzeugt von waren. Und ich habe das Ganze auch einfach nicht zu Genüge erklärt oder ich habe es auch nicht angesagt oder so. Ich habe darüber was auf Snapchat erzählt gehabt, bevor ich das gemacht habe. Aber ich weiß ja, dass nicht alle von euch mir auf Snapchat folgen. Hier setzt es sich immer noch ein bisschen komisch ab. Vielleicht mein Haut sehr trocken aussehen. I'm sorry, you look so pretty, but I don't really like you. Ich mache gerade Lipppflege, beziehungsweise Lippgloss drauf und so, wie ihr seht. Soft Drink Set von Etikos auf. Und zwar nehme ich hier Mirky Soda. Das ist einfach ein Gloss mit ein bisschen Reflect. Aber der pflegt sehr gut. Deswegen wollte ich den jetzt vorher drauf nehmen. Gut, dass ich den Illuminating Primer geholt habe. Und zwar ist der von VDL. Und die Verpackung ist so schön. Leute, guckt mal wie schön. Diese Flasche ist so hochwertig. Die ist auch auf Glas. Der Grund, warum ich dieses englische Video gemacht habe, ist, dass ich gerade sehr viel am Nachdenken bin. Und sich gerade einiges in meinem Leben verändert. Es macht vielleicht Sinn, wenn ich euch gerade dazu kurz meine Situation erkläre. Ich mache derzeit ein Jahr Pause von der Schule. Das heißt, ich bin derzeit zu Hause. Das liegt an verschiedenen Gründen, auf die ich später nochmal eingehe. Und nach diesem Jahr werde ich dann weiter an eine Fachschule gehen. So wie es geplant ist. Auf jeden Fall habe ich deswegen gerade viel Zeit zum Nachdenken. I like how it looks. It looks pretty. Jetzt benutze ich noch von Innisfree den No Sebum Burr Primer. Ich habe hiervon das Puder. Und deswegen wollte ich unbedingt den Primer ausprobieren. Es war schon lange ein Wunsch von mir, mal ein Video auf Englisch zu machen. Weil ich unter anderem Englisch aufgewachsen bin, beziehungsweise englischsprachig. Weil meine Eltern mit meinem Bruder Englisch sprechen, weil sie sich ja in England kennengelernt haben. Und ich finde, dass Englisch eine total schöne Sprache ist. Und ich würde sagen, dass mein Humor auch eher dem Englischen und Amerikanischen ähnelt. Das heißt, die meisten Deutschen teilen einfach nicht meine Art Humor. Die ist sehr trocken, sehr sarkastisch, sehr selbst-hatred. Aber es ist nicht wirklich ernst gemeint. Also na klar, es gibt einige wahre Kerne. Aber an sich ist es total übertrieben, total radikal. Und dient da nur als Humor. Das heißt, dass das auf keinen Fall ernst genommen werden sollte. Und ich habe das Gefühl, dass Deutsche diesen Humor einfach nicht so teilen. Und da ich nicht vorhabe, zu ändern, wer ich bin oder meinen ganzen Humor zu ändern oder so, dachte ich, dass es vielleicht Sinn machen würde, dort mal ein englischsprachiges Video aufzuladen. Zu meinem Akzent muss ich absolut genau dasselbe sagen. Es war absolut cringy und ich habe so viel actually gesagt. Und ich weiß, dass mein Akzent sehr, sehr verwirrend an einigen Stellen war. Das liegt daran, dass meine Mutter auch eine Mischung aus dem britischen und amerikanischen Akzent hat. Weil sie mit beiden Akzenten in ihrem Beruf arbeiten muss. Und so habe ich das halt aufgeschnappt. Und deswegen spreche ich auch diese verschiedenen Akzente. Und dann kam dazu, dass ich unfassbar aufgeregt war. Also wirklich total, total aufgeregt. Und deswegen mein Deutsch sich ein bisschen reingeschummelt hat. Und deswegen total anstrengend. Aber ich meine, es war mein erstes Video. Und ich war einfach sehr aufgeregt. Und dazu kommen auch noch einige andere Aspekte. Und deswegen war das Video einfach so ein bisschen so ein Testlauf. Ich hatte vor, deutsche Untertitel zu setzen. Allerdings, und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, geht das für mich einfach gesundheitlich gerade nicht. Ich bekomme es einfach von der reinen Arbeit nicht hin. Zu der englischen, deutschen Zukunft kurz. Ich würde gerne in Zukunft englische und deutsche Videos machen. Aber dann jeweils mit Untertiteln, sodass jeder alles verstehen kann. Das ist so weit eigentlich gerade mein Farb. Ich benutze jetzt mein Innisfree, den Minerals Dick Concealer. In der Farbe 2, was total dumm ist, weil ich brauche ganz klar die 1. Und ein Pinselset, was ich auch von ihr Style habe. Da diese Farbe etwas zu dunkel ist, werden wir damit also nicht highlighten können. Sondern zunächst erstmal einfach nur versuchen, die Under-Eyes auszucanceln und sowas. Kommen wir zum nächsten Thema, zu dieser gesundheitlichen Frage. Ich streame gerade sehr, sehr viel auf Instagram. Streaming macht mir einfach total viel Spaß, weil ich dort dann direkt euer Feedback bekomme. Und ich kann mich mit euch unterhalten und austauschen. Und das ist einfach alles. Ich habe das Gefühl, dass ich beim Streaming ich selbst sein kann. Und ihr am besten die Idee bekommt, wer ich wirklich bin. Und ihr seid einfach alle immer total süß. Und ich liebe es mich, mit euch auszutauschen. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ihr euch da sehr häufig erkundigt, wie es mir denn geht, was gesundheitlich gerade jetzt in meinem Leben passiert. Weil ich da ja auf YouTube nicht so viel drauf eingehe. Und deswegen dachte ich, mache ich das jetzt heute mal in diesem Video. Ich muss sagen, dass es mir sehr, sehr unstabil geht. Also es ist alles sehr, sehr wechselhaft. Es gibt Tage, an denen geht es mir rein psychisch wirklich viel, 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 viel besser. Und ich habe das unfassbare Glück, dass ich sehr, sehr viel Unterstützung bekomme. Sowohl von meinem Freund von Arahon, auch als von meiner Familie. Und dass ich ja jetzt gerade auch nicht zur Schule gehe. Auf der anderen Seite ist mein Essverhalten ein kleines bisschen fragwürdig. Ich esse nicht super viel. Ich esse nicht wirklich viel mit Nährstoffen. Und das ist auf jeden Fall, was, woran ich arbeiten muss. Ich trinke auch nicht viel. Das heißt, ich bekomme einfach die ganzen Nährstoffe, die ich brauchen würde, nicht. Und das liegt dann auch zusammen mit der Depression, weil mir schwerfällt, sowas zu machen. Und ich bekomme jetzt auch andere Tabletten. Ich nehme jetzt Fluoroxetin. Allerdings machen sie noch nicht das, was sie tausend Prozent sollen. Und ich habe immer noch große Probleme mit Müdigkeit, Motivation. Und körperlich ist einfach noch sehr, sehr vieles sehr anstrengend für mich. Ich bin körperlich einfach noch sehr, 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 sehr schwach. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass ich Energiekugeln habe und wirklich jede kleine Sache, also jetzt aufstehen und sich Essen machen, irgendwo hingehen, eine Mail schreiben. All diese Sachen brauchen Energiekugeln und ich habe nicht so viele. Jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, wie das dann ist mit Videos und wieso Videos sehr unregelmäßig kommen, warum keine groß aufwendigen Videos kommen oder warum meine Persona nicht super stabil in den Videos wirkt. Ich liebe es, Videos zu machen und ich wünschte, ich wünschte mir von Herzen, dass ich wieder aufwendigere machen könnte, weil das etwas war, was mir früher extrem am Herzen lag. Und das eigentlich auch immer noch was ist, was mir sehr am Herzen liegt. Allerdings bekomme ich das einfach gerade kraftmäßig nicht hin, weil ich das ja auch alles alleine mache, ohne ein Team und so weiter. Und diese Motivation dann häufig nicht da ist. Dann kommt dazu, dass natürlich verständlich, ich meine, dass ihr sauer seid bzw. dass ihr da nicht so Lust drauf habt, weil so unregelmäßig was kommt und dann kommt nichts Aufwendiges oder irgendwas, was ein bisschen so einen komischen Vibe hat. Ich verstehe absolut, dass viele Leute das unzufrieden stellt, aber wenn ich dann sehr viel schlechtes Feedback bekomme, dann zweifle ich wieder daran, ob das überhaupt das Richtige ist, ob ich das machen sollte. Und ich weiß nicht. Das Internet ist nun mal auch ein fieser Ort und man bekommt gemeine Sachen gesagt und wie gesagt, ich habe unfassbares Glück. Aaron unterstützt mich total, total doll, ist total niedlich und baut mich jedes Mal auf und ist total, total offen. Allerdings ist es trotzdem etwas, womit ich lernen muss, umzugehen. Ich benutze jetzt von Laneige das Layering Cover Cushion und die Packung ist auch so schön. Alle Packungen sind so unfassbar schön. Ich bin so blessed. Ich werde jetzt demnächst hoffentlich einen Therapeuten aufsuchen und ich habe jeweils da checkt, wie das mit meinen Tabletten ist. Und alles ist soweit eigentlich auf jeden Fall okay. Dieses Cushion ist das Süßeste, was ich jemals gesehen habe. Erstens ist es eine Form und zweitens habe ich hier einmal die Foundation und ich glaube, dass hier sollte etwas als Concealer benutzt werden. Und dann hat man hier die verschiedenen Pads, Teile vom Pad. Ich finde es auf jeden Fall cool. Und dazu kommt, dass es für mich natürlich extrem schwierig ist zu sehen, was hätte sein können. Ich weiß, dass wenn ich regelmäßig weitergemacht hätte, wenn ich nicht krank geworden wäre, dass sowohl schulisch als auch YouTube-mäßig sehr viele Sachen sehr anders gelaufen wären. Und dass ich euch auch nicht so enttäuscht hätte. Es kommt auch häufig vor, dass ich ein Video anfange zu drehen. Und dann bin ich total, total unzufrieden damit. Und ich kriege so ein bisschen eine Anxiety-Attack oder mich stört irgendwas. Und dann lade ich dieses Video halt niemals hoch. Und ich weiß nicht, ich möchte für mich gerade das Ziel einfach, dass die Videos so casual wie möglich sind, damit ich mich wohlfühlen kann. Damit ich nicht selbst vor der Kamera sein kann. Und da büßt dann halt die Qualität häufig etwas ein. Und zum Beispiel auch der Ton. Und ich habe ein Mikro, aber mein Equipment ist gerade etwas schwierig, würde ich sagen. Es ist einfach eine Zwickmühle für mich. Es ist sehr, sehr schwierig. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass ich das auf jeden Fall sehe und dass ich derselben Meinung bin. Und ich mein Bestes versuche, nur dass es gerade einfach noch alles ein bisschen schwierig ist. Ich möchte auf keinen Fall, dass ihr euch irgendwie Sorgen macht oder dass ihr ein komisches Gefühl von mir bekommt, einen komischen Vibe. Weil das ist auf keinen Fall, auf keinen, keinen, keinen Fall, was ich möchte. Und deswegen möchte ich mich dann auch häufig zurückhalten mit Videos. Aber ich bin gerade in einer Art Selbstfindungsphase. Und ich habe einfach, mein Charakter hat viele Facetten, wie jeder Mensch. Ich habe Facetten, wenn ich traurig bin. Ich bin wieder ein anderer Mensch, wenn ich glücklich bin, wenn ich sauer bin. Und auf YouTube all diese Facetten zu zeigen, ist immer ein bisschen schwierig. Das heißt, für euch sieht es aus, als wäre ich in jedem Video ein anderer Mensch. Und deswegen mag ich es auch lieber, Videos mit anderen Leuten hochzuladen, die halt ein bisschen casual sind. Und weil ihr dann wirklich merkt, wer ich bin. Und wie gesagt, ich einfach große Probleme damit habe, selbst zu wissen, wer ich bin. Dazu kommt, dass ich mich derzeit mit vielen Dingen auseinandersetzen muss, mit denen ich mich jahrelang nicht auseinandergesetzt habe. Mit vielen Dingen aus meiner Vergangenheit. Und dass Sachen sind, die mir sehr wehtun und die mich viel zu nachdenken, bewegen. Und es passiert einfach gerade sehr, sehr, sehr viel. Und ich möchte unbedingt, unbedingt Teil von YouTube sein. Und ich möchte unbedingt, dass es funktioniert. Und dass das alles einfacher ist, dass ich einfach Sachen hochladen kann. Dass mir eine Kamera folgt und ich euch irgendwie unterhalten kann oder sowas. Aber das ist halt einfach nicht so. Und ich weiß gar nicht richtig, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach eine schwierige Situation. Und ich möchte euch immer und immer wieder Sachen versprechen, wie dass es besser wird. Dass die Sachen ab jetzt regelmäßig kommen. Und ich nehme mir diese Sachen wirklich vor. Aber dann kommt wieder eine Episode, wo ich einfach gar keine Kraft habe. Wo ich die Motivation nicht habe. Wo ich daran zweifle, dass es funktioniert. Oder dass ihr das überhaupt sehen möchtet. Oder irgendwas in die Richtung. Und dass es euch nicht genug sein würde. Beziehungsweise nicht gut genug. Und dann lasse ich es lieber komplett. Okay, die Foundation ist drauf. Ich finde, es sieht relativ süß aus. Es ist nicht tausend Prozent meine Farbe. Eigentlich, wenn ich genau gucke. Es ist eigentlich nicht wirklich meine Farbe. Aber damit werden wir jetzt versuchen zu leben. Ich benutze jetzt das Innisfree gepresste Puder. Das No Serum Puder. Das ist das Mineral Packed. Weil ich davor das lose Packed hatte. Und deswegen dachte ich probiere ich jetzt mal das. Ich finde, großraumasiatische Produkte sind einfach mit so viel Liebe zum Detail gemacht. Und ich persönlich finde, dass die gerade im Kosmetikbereich, gerade im Beauty- und Skincare Bereich, die Produkte sehr advanced sind. Und ich bin sehr überdrückt. Es hat sich zum Beispiel auch viele in meinem freundschaftlichen Leben verändert. Ich habe eine ausgewählte Zahl an Freunden, die ich an einer Hand abzählen kann. Und ich bin so, so unfassbar dankbar für diese Freunde. Das sind Menschen, die mich so schätzen, wie ich bin. Und die mir jeden Tag so viel Kraft schenken. Und die Leute, die immer noch regelmäßig zuschauen und die immer noch liebe Sachen unter meine Videos schreiben, obwohl das Ganze jetzt so holprig war. Und die mir auf Instagram immer noch folgen. Und die immer noch süße Edits von mir machen. Oder mir süße Nachrichten schreiben. Das bedeutet mir einfach die Welt. Ich weiß, dass ich das nicht häufig genug sage. Oder nicht öffentlich mache. Aber ich bin da so, so dankbar für, dass ich so eine starke Community habe, die so hinter mir steht und die mich so schätzt. Und einen Respekt vor mir hat. Und wie es ist, immer ein respektvolles Miteinander. Und ich glaube, dass nicht jeder YouTuber so viel Glück hat mit seiner Community. Und ich weiß, dass es zwar auch viel Hate unter meinen Videos gibt aus Sachen, die mich treffen. Allerdings weiß ich, dass ihr zum Beispiel ab und zu zu mir kommt, wenn ihr mich seht. Und ich jedes Mal Tränen in den Augen habe. Weil ich mich so freue, euch kennenzulernen und zu sehen, wie ihr mich unterstützt. Mich einen Menschen, der euch eigentlich nichts gibt und der gerade so unzuverlässig ist. Und es bedeutet mir wirklich die Welt. Und ich bin dafür so dankbar. Und dann habe ich meine Freunde an meiner Seite, die mich immer noch so, so sehr unterstützen. Und die jeden Tag bei mir sind. Und die mich schätzen. Und ich schätze sie. Und es ist so eine enge Freundschaft. Und ich habe das Glück, dass ich so etwas erleben kann. Weil ich das Gefühl habe, dass viele Leute in meinem Alter nicht das Glück haben, solche Menschen um sich herum zu haben. Und ich weiß nicht, das macht mich extrem glücklich. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Viele interessieren sich auch dafür, wie meine Haut so gut geworden ist. Ich muss sagen, ich glaube einfach, ich bin aus meiner Phase rausgewachsen. Ich glaube, ich hatte meine Pickelphase und jetzt gerade beruhigt sich das ein bisschen mit den Hormonen. Allerdings kann ich euch trotzdem gerne in der Skincare-Routine abfilmen. Und ich trage in letzter Zeit auch überhaupt nicht hier Make-up. Eigentlich fast nie. Und wenn ich dann Make-up drauf mache, dann sehe ich auch immer meine ganzen Texturen. Und dann bin ich immer so, wow. Wieso bin ich so? Jetzt werde ich von 3CE, wer nicht weiß, wie es wieder steht, 3 Concept Eyes. Das habe ich tatsächlich letztens erst gelernt. Und ich war so, das ist die Farbe Peach. Und das ist ein Cushion-Blush. Ich liebe alles, was Cushions ist. Ich finde erstens, der Auftrag ist sehr, sehr, sehr viel einfacher, sehr viel schneller, sehr viel natürlicher. Gefällt mir. Ich habe das Gefühl, man könnte sagen, mein Leben ist gerade etwas zweidimensional. Sachen fühlen sich alle nicht so echt an. Und ich muss anfangen, wieder mich selbst zu finden. Und der Mensch zu sein, auf den ich stolz sein kann. Und ich bin auf dem Weg dahin. Und ich bin auf dem Weg zu lernen. Und jeden Tag ein besserer Mensch zu sein, als ich der Tag, als ich der Tag davor war. Ich kann kein Deutsch. Dann wollte ich das Thema meinen Freund nochmal anschlagen. Weil ich weiß, dass es da ein paar Komplikationen gibt. Wahrscheinlich nicht so viele, wie man denken würde. Aber ich möchte trotzdem ein paar Sachen zu meinem Freund sagen. Währenddessen benutze ich von Ticufo School die Art Class. By Robin. Und ich bin so aufgeregt, weil dieses Produkt ist ein Must-Have. Jeder kennt es. Zumindest jeder, der sich mit Korean Beauty ein bisschen auseinandergesetzt hat. Und soll bekannt dafür sein, dass es gerade für etwas hellere Haut sehr, sehr, sehr praktisch ist. Für die Leute, die das Produkt nicht kennen, das ist ein Konturtrio. Ich habe das Gefühl, dass Aaron gerade auf YouTube sehr falsch von euch eingeschätzt wird. Was ich auch überhaupt nicht böse nehmen kann, weil ihr ihn nun mal nur durch ein, zwei Videos kennt. Aber ihr müsst wissen, dass Aaron die größte Bereicherung meines Lebens derzeit ist. Und dass ich ihm dankbar dafür bin, was er alles für mich tut. Und er ist unfassbar unterstützend. Und er will immer nur mein Bestes. Und er tut alles in seiner Macht, um mich zu unterstützen. Und YouTube ist nicht so seine Welt. Und er gibt sich trotzdem Mühe, da irgendwie Teil von zu sein, weil es mir wichtig ist. Aber es fällt ihm auch ein bisschen schwer, vor der Kamera zu sein. Und er ist sich dann auch nicht komplett sicher. Und ihr müsst wissen, dass ich euch Aaron nie vorgestellt hätte, wenn ich mir nicht sicher wäre, dass das eine gute Idee ist. Ich würde sagen, dass er die erste Liebe meines Lebens ist. Und ich weiß, wie unfassbar jung ich bin. Und dass das unfassbar schwierig ist zu hören, gerade wenn man älter ist. Dann sagt man, du bist noch so jung, du wirst noch sehen. Aber in dem Moment, in dem ich gerade bin, habe ich noch nie so etwas für einen Menschen empfunden wie für ihn. Und egal, ob ich diesen Menschen eines Tages heiraten werde oder wir Schluss machen werden. Er wird immer ein wichtiger Teil meines Lebens gewesen sein. Und die erste Liebe meines Lebens und immer ein Mensch, der mich so unterstützt hat und für mich da war. Und deswegen ist es wichtig für mich, dass er, ein Mensch, den ich so liebe, von euch, Menschen, die mich die ganze Zeit unterstützen, auch angenommen wird. Ich hoffe, dass ihr dort meine und seine Situation ein klein bisschen besser verstehen könnt. Dass ihr vielleicht nicht so streng mit uns seid, nicht so hart mit uns umgeht, weil wir nicht perfekt sind und wir an sehr vielen Dingen arbeiten müssen. Hallo. Hallo, meine Tappe. Wie fühltest du dich? Wie fühltest du dich? Oh. Und du? Ich fühle mich okay. Das ist schön. Cute. Mein Bu hat mich gerade aufmerksam drauf gemacht, dass ich vielleicht ein bisschen besser erklären sollte, wie so manche Dinge. Dass ich vielleicht einige Teile der Krankheit ein bisschen besser erklären sollte, weil Aaron an sich auch überhaupt keine Ahnung von dieser Krankheit hatte, bevor er mich kennengelernt hat. Und er dann quasi mit mir das alles miterlebt hat und ich ihm einige Sachen erklären musste. Und er meinte, dass es vielleicht einfacher ist, für euch das zu verstehen. Zum Beispiel ein Teil ist, dass ich mir dann unfassbare Vorwürfe mache, wenn ich sehe, dass unregelmäßig was hochgeladen wird. Und dann sagt ihr dazu noch irgendwie, oh, das finde ich doof. Dann mache ich mir persönlich noch größere Vorwürfe deswegen. Und dann ist es wie, das sind Dominos. Die eine stößt das andere los. Und deswegen fällt mir einfach, mir fällt sehr viel schwer, was anderen Menschen vielleicht nicht so schwer fällt. Ich würde mich freuen, wenn du dich kurz dazu setzt und noch irgendwas sagst, was du lustig hast. Weil ich habe schon viel erzählt, aber ich habe das Gefühl, dass alles so ein bisschen durcheinander ist. Und ich habe das Gefühl, ich habe alles so ein bisschen angeschleppen und nichts genug dazu gesagt. Aber das Gefühl habe ich da immer irgendwie, schon wieder irgendwie ein bisschen unzufrieden und nichts, weiß nicht. Ja, ich würde mich darüber auskotzen, dass die Leute negative Kommentare da lassen. Und ich finde es halt einfach lächerlich, wenn eine Person keine Ahnung hat über dein Leben oder dein Zustand oder was auch immer. Sich dann anzumaßen, darüber judgen zu können, finde ich schwierig. Und ich finde es halt auch scheiße, dass du, dass das dich halt dann beschäftigt später. Obwohl es ja wahrscheinlich mitten im Grund ist, dass du die ganze Sache machst, dass du ja auch irgendwo positive Resonanz kriegen möchtest. Oder konstruktiv zumindest. Und wenn dann Leute irgendwie, ja, also der, da kommen ganz viele Sachen, die einfach aus dem Zusammenhang gerissen sind und gar keinen Sinn machen. Und das ist halt sowas, das ist sehr unsensibel und da fragt man sich irgendwie so, die Person dann den Kanal anschaut. Also wenn man versucht, eine Person zu verstehen, dann ist das in Ordnung, wenn man danach Kritik äußert. Du hast ja auch gesagt, dass ein Problem, was ich habe, ist, dass ich Probleme mit Kritik habe. Ja. Ich habe, ich dachte immer, dass ich relativ gut mit Kritik umgehen kann. Allerdings habe ich nur meine Familie als Reference und man muss dazu sagen, dass meine Familie, ich würde sagen, sehr... Kritikunfähig. Ja, ein Problem mit Kritik hat. Und deswegen dachte ich immer so, oh ja, ich kann das gut. Aber Aaron hat mich tatsächlich mal darauf hingewiesen, dass das nicht so ist. Und jetzt, wo ich viel drüber nachdenke, hat er wahrscheinlich recht. Kritik ist auf jeden Fall etwas, was mir schwerfällt. Das heißt aber nicht, dass ihr aufhören solltet, Kritik dazulassen, sondern daran muss ich... Ich glaube, es ist sogar eher hilfreich, wenn Marielle erst gemeinte Kritik bekommt. Also ich bin sogar dankbar für Kritik eigentlich, wenn es halt hilfreich ist und wenn man sich darauf einstellen kann, wenn es nicht nur ist, äh, du bist voll die Hure, was machst du, bist du dumm. Ich benutze jetzt das, äh, korrespondierende Highlighter-Set zu dem Cool4School, äh, Contra-Set, das ist jetzt die Highlighter-Version. Das sind alles jetzt jetzt deine Sachen? Ja. Die sind sehr fancy. Aaron ist auch total best von YesStyle, weil... Ich habe auch viele Nice-to-haven-Mode. Ja. Wir haben ja das Glück, äh, ein monatliches Budget zu bekommen, wofür wir uns dann Sachen aussuchen dürfen. What the fuck? What the fuck? Das ist etwas creepy. Ähm, wofür wir uns Sachen aussuchen dürfen. Und, ähm, YesStyle hat wirklich alles. Und, ähm, Aaron findet die Sachen von YesStyle, die Klamotten, auch total cool. Äschi, ui, äschi. Und, ähm, ist dann immer sehr blessed, wenn er sich was aussuchen darf. Als du dich die letzten Male geschminkt hast, auf Video, war das so ein bisschen, so ein bisschen Barbie-ischer, was ich nicht so schön fand, aber das sieht gut aus hinterher. Also ich weiß, du hast bisher wahrscheinlich nicht so viele Schichten. Achso, ja, das ist halt bei, ähm... koreanisches Make-Up einfach an sich. Natürlicher sein. Viel natürlicher. Ich mag das auch lieber. Ich fühle mich auch froh da auf die Weise. Ja, das sieht auf jeden Fall besser aus. Wir sind auf jeden Fall sehr blessed. Und ich möchte ganz kurz sagen, die Leute von YesStyle, zumindest, äh, die Dame, mit der ich, äh... Total süß, ja. Äh, zusammen, äh, arbeite, äh, die quasi meine Ansprechpartnerin ist. Jisoo heißt sie, glaube ich. Ähm, total süß, der niedlichste Mensch. Total hübsch, total hübsch. Ich bin jedes Mal sehr, sehr blessed, wenn sie mir schreiben. Vor allem, die liked ja auch deine Bilder und so und sagt dann, ah, voll süß. Ja, she's so good. Ach so, ja, dass viele Leute das mit der, bei dem englischen Video zum Beispiel, das mit der Negativität dahin geschrieben haben. Mhm. Das kann ich auf den ersten Blick auch gut verstehen, dass man das so denkt. Aber irgendwo, jeder hat seine Art, einen Kompromiss mit dem Leben zu finden. Und man muss das halt, der eine macht's über Humor und der andere dann über den ganzen Tag traurig zu sein. Und dann, der andere macht den ganzen Tag Sport oder arbeitet. So oder so. Also für Marielle ist es halt wichtig, dass sie ihren Humor benutzen kann zur Kompensation. Deswegen, ich weiß nicht, ich bin, ich denke auch, dass das einige nicht verstehen. Dass du sagen möchtest, dass mein Leben so traurig ist, dass ich nur die ganze Zeit drüber lache. Nein, ähm, ja, ich hab das auch schon angesprochen gehabt, dass das einfach nicht komplett ernst genommen werden sollte. Ähm, und dass das eine Form eines Humors ist. Ich lach einfach lieber darüber, als dass ich die ganze Zeit drüber weine. Und, ähm, bitte macht euch deswegen auf keinen Fall Sorgen oder sowas. Es ist wirklich viel, es ist nur lustig gemacht. Wenn es einfach nicht von jemandem der Humor ist, dann ist das vollkommen okay. Ähm, aber das wird sich halt nicht ändern, weil es nun mal ist, wer ich bin. Ah, was ich auch noch, was mir auch noch eingefallen ist. Ich find das so, ich find das so witzig als jemand, und ich find's auch lustig, dass ich das jetzt so recht fertige. Dass jemand irgendwas mit, ne, als ich gesagt hab... Ach so, mit der Marke, oder? Warum ein Hund ist das? Irgendwas mit, ah, das ist ja auch sehr objektifizierend, das finde ich extrem schlimm. Und anrüchig, sowas kann man ja nicht sagen, weil das ist ja gegen Moral. Zur Klarstellung, das ist obvious lean joke. Mir ist schon klar, dass ein Hund keine Marke hat, aber das ist ziemlich offensichtlich. Und ich find's langweilig, die normalen Wörter immer für alles zu benutzen. Und deswegen hab ich's halt so ein bisschen ins Funny gezogen. Er kann auf jeden Fall ernst sein. Aber das würde er die meiste Zeit in einem Video einfach nie sein. Und, äh, wenn er irgendwas sagt, so zum Beispiel die Marke von einem Hund. Ähm, Aaron ist ein extrem intelligenter Mann. Ähm, und er würde sowas niemals auf eine abschätzende Weise sagen. Und alles, was er sagt, hat seine Berechtigung und hat seinen Sinn. Und deswegen, ähm, das, äh, kann sehr leicht falsch verstanden werden. Aber, ähm, das ist halt einfach die meiste Zeit nicht so. Ich benutze von Etude House den Drawing Eyebrow, ähm, Pencil. Die Augenbraue sieht echt sauer aus. Leute, ich hab so ein Problem mit meinem Gesicht. Und zwar, wenn ich, äh, gerade gucke, alles okay. Aber sobald ich runter gucke, meine Augenbraue ist so positioniert, dass ich immer böse und angeekelt gucke. Wirklich immer. Meine Freunde machen sich da häufig lustig drüber, wenn ich irgendwas gucke. Und abgelenkt bin oder sowas. Und die Masneftritts davon, wie angeekelt ich auch sehe. Sondern, dass da mein neutraler Blick auch, äh, den Mund ein bisschen geöffnet hat. Und ich seh da wirklich so, das ist echt schlimm. Falls ihr mich auf der Straße seht und ihr findet, ich seh angeekelt aus. Das ist mein normaler Gesichtsausdruck. Jetzt benutze ich noch von Pony Effect, äh, das, äh, Augenbrauengel in Natural Brown. Ich liebe Pony, ich gucke immer ihre Videos. Und, ähm, sie ist sowas von talentiert. Wunderhübsch. Ich bin sowas von eifersüchtig. Ah, übrigens eine Sache, ich bin, ähm, in Berlin, ähm, 28. auf der Globe. So, als nächstes kommen wir zu den Augen. Und, äh, wer mich verfolgt, ich mache eigentlich sehr selten Lidschatten. Beziehungsweise, wenn ich's mache, sieht's nie gut aus oder spektakulär. Ich bin wirklich nicht besonders gut daran, äh, einen ausgefallenen Lidschattenlook zu machen. Ich habe einen Lidschattenfarmer geholt von, äh, At Your House ist der Proof 10. Ich werde von Sixteen Brand, äh, dieses Eyeshadow Duo benutzen. Die Packung ist so süß. Schaut euch das mal an. Das ist einfach nur das hier oben. Schrei die Papierverspennung. Aber es ist trotzdem süß. Und ich weiß nicht, wie viele von euch das kennen. Das, äh, gibt's, glaub ich, auch von Benefit. Da nimmt man sich den Pinsel ins. Swipe einmal so. Das ist ja auch mega fertig. Okay, gut, dass ich doch ein Lidschattenzeug hab. Und zwar habe ich mir von Holika Holika noch, äh, dieses, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Eye Metro Glitter ausgesucht. Die Farbe 03 Orange. Und die werde ich jetzt auf mein Lid auftragen. Dann eine Sache, die sehr, sehr viele interessiert, beziehungsweise die häufig ein, ähm, ein Ding auf meinem Channel ist. Ähm, meine Stimmlage. Bei jedem ist es ja so, dass, äh, verschiedene Emotionen verschiedene Stimmlagen hervorbringen. Äh, das heißt, wenn man glücklich ist, redet man halt eher hoch vielleicht. Wenn man traurig ist, eher ein bisschen leise. Oder wenn man irgendwas süß findet, vielleicht ein bisschen höher oder sowas. Und, äh, bei mir ist es einfach sehr extrem, würde ich sagen. Viele denken dann, dass ich meine Stimme extra verstelle, um irgendwie süß zu wirken. Oder lustig oder sowas. Das Ding ist, dass es bei mir automatisch kommt. Das ist nichts, was ich absichtlich mache. Aber wenn ich irgendwas zum Beispiel süß finde, dann gehe ich automatisch in so eine, Uh, look how cute! In so eine Stimmlage. Das passiert automatisch bei mir. Und, ähm, ich habe da keine Intention dahinter. Das passiert einfach. Ich bin so aufgeregt wegen diesem Produkt. Und zwar ist das von Pony Effect. Grind Sparkling Shadow. Und das hier ist die Farbe Pre-Game. Und das ist ein Lidschatten. Ein Sparkle Lidschatten. Und dann dreht man hier. Und dann, äh, wird das Ganze gegrindet. Also, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Gemahlen. Oh! Okay, jetzt zu dem coolsten Produkt. Und zwar ist das glaube ich von Tony Moly. Ja, von Tony Moly. Der Mark Waterproof Gel Eyeliner in 02 Brown. Und das ist eine kleine Feder mit so einem Ink-Töpfchen mit Tinte. It's the cutest thing I have ever seen. Und zwar ist die, ähm, Feder zum Schreiben. Der Pinsel. Und dann nimmt man diesen Teil hier ab. Und dort ist dann das Produkt. Der Pinsel ist so präzise. Okay, jetzt werde ich mir einmal die Wimpern biegen. Und zwar mit der besten Wimpernzange, die es gibt. Das ist die von Shumura. Die ist sowas von gut. Ich liebe sie. Ich habe derzeit wirklich überhaupt keine Wimpern, weil ich habe gar kein Wimpernserum mehr benutzt. Und ich werde die unteren heute umgetuscht lassen, weil das dann vielleicht etwas zu dunkel wird. Jetzt kommen wir zum letzten Teil, und zwar zu den Lippen. Und dort werde ich von 3CE in der Farbe Step & Go einen Matte Lip Color Lipstick benutzen. Und Leute, schaut mal. Wie perfekt. So pretty. Oh. Ich hätte gedacht, weil das so eine Matte Farbe ist, dass der sehr trocken wäre. Ist aber gar nicht. Jetzt werde ich noch von Marmonte den Creamy Tint Squeeze benutzen in der Mitte von meinem Mund. So, wir sind fertig. Aber ihr habt ja eh schon das Endprodukt gesehen. Ich bin eigentlich nicht überrascht, weil, wie gesagt, ich liebe koreanisches Make-up. Und ich bin einfach sehr überzeugt davon. Ich bin nicht überrascht. Ich freue mich nur, dass diese Hand für mich funktionieren. Und das Ganze sieht sehr, sehr schön aus. Ist natürlich sehr airbrushed. Besser von meinem kleinen Liebling. Er wird jetzt nur auf meiner Vanity stehen. Aber vielen Dank fürs Zusehen. Für alle Leute, die bisher hier geguckt haben. Danke, 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 danke schön. Ich kann euch nicht sagen, wie viel mir das bedeutet. Das bedeutet mir wirklich die Welt. Dankeschön. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht jetzt einige Sachen ein bisschen besser aus meiner Sichtweise versteht. Und ich hoffe, dass wir uns in meinem nächsten Video sehen. Tschüss. Tschüss.